so ihr lieben wir kommen zurück zu einer neuen folge laska aus ghr ich sage jetzt um es gut so genau naja gemacht uns war auf die schatz suche vielleicht sehen wir schatz felsen dann gleich auf machen aber ihn sehen ja wie gesagt neues projekt wenn ihr sehen wollt als projekt meine ich wie gesagt schreibt in die kommentare so und zweiter geht es ihr questen hier noch ein bisschen das sind die anfangs questen dann sind es glaube ich bloß noch der band da ist ne euer auto hat nicht sicher ja 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 aber eigentlich schon was dann noch mal getrockt durchgucken so die düsteren haben wir fast durch brauchen noch drei stück was haben wir jetzt durch die dann haben wir nämlich die maler brauchen bloß noch älter ob wir uns ein bisschen durch uns mal sehen wir uns ein lehrmeister suchen wie gesagt ich will ja schon mal sehen wie es mit dem projekt auf ihrem projekt draus machen wollte oder ob ich ihr projekt draus machen soll erst mal abwarten was er schreibt wenn ich mal jetzt ein lehrmeister suche da ist glaube ich nach zehn tagen wenn man da nicht level 20 ist glaube ich ne ist das wird doch irgendwie war das so wie gesagt ist schon eine weile her wo ich das mit lehrmeister und so gemacht habe da haben wir die hoch durch so was kriegt man eigentlich die ab dem bier wenn man eigentlich bei dir das ist dann auch noch aufmachen und dann später gut sonst haben wir ja nicht von das braucht man da also gehen wir rein den stück brauchen davon nachdem alles mal wettgekommen ihres buch mal durch gucken sind das äpfelbäume apfelbäume meine wir hätten und zwar den naja gut ja es hat immer vorher machen dass wir gestoppt hätten in segen wollen können den lehrlingssegen tag oder den anfänger sehen hätte hätte wettbewerken die hätte hätte fahrrad Okay Okay, dann wir hier auch So 30 30 Ja, dann machen wir die 30 Stück Wir haben ja mal gucken, was man kriegt Die Wohnung ist nochmal Geschwindigkeitstränke Eigentlich hätte man es weglassen können Warum nicht Ach, nehmen wir mit Wollen wir ihn rein Hui War da viel schneller? Nein, da viel schneller noch nicht Äh Bist schon noch Haha Ist nicht so schnell wie der Herr müssen Hey, die machen schaden Aufpassen Uh Schade Ja Ja Meinen Ich schon noch was von Ritter getroffen Äh Gut Dann 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 Zeit Ja, brauchen wir nicht Oder noch nicht Ich Die erste Zeit gar nicht Weil Ein Ich gott so ein hinterkopf läuft gerade so ein film ab wie es früher war wo man angefangen haben und alle erinnere ich mich immer gern zurück aber da muss ich echt zugeben da war wo ich da meinen ersten damals meinen ersten schau erstellt habe habe ich das hier glaube ich gar nicht gemacht habe ich mit anderen mitgehört ja mir sagt hier kommen ja ja wir level dich wir level dich da wollten sie mich unbedingt immer nur level 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 irgendwann habe ich mir dann mit der ritter erstellt glaube meine ein erster schau war eine markiere und dann habe ich mir darstellt und habe dann eben zurück angefangen hier so mit form und die ersten besten zu machen wo müssen wir jetzt hin wir müssen wenn ich noch mal oben kriegt man dann nicht auch noch mal um eine quest wo man dann die nur landkarte bekommen ich glaube müssen wir jetzt hier annehmen das war da hoch oder ja was haben wir schon ein fb gesagt haben schon 53 fb ob wir eigentlich den skill zauber ja dass die hier ist es nicht so dass wald stopp genau jetzt ist das ne ja genau genau so jetzt haben wir hier gehen keine quest mehr als kommer jetzt in die stadt laufen gehen die quest ab ja das ist nicht so schnell wie mit hermes und 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 beigibuffs dieser pfg macht ja noch nicht mal Aschmannstadt, ja, mach mal das Aschmannstadt. Ja, wir sind ja auf der 2, also Anfänger, ja, da bekommt man ja keine guten Böse, gut und böse Punkt, so, kommt man auf Dorf, auf Channel 5, glaube ich auch nicht. Hm, wir sind, oh, ich hab doch die Rolle, naja, ich hab doch die Rolle zurück, ja, naja, wir laufen halt gern, auf, 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 so, jetzt kriegen wir die Schulden, können wir uns vielleicht eine neue Waffe kaufen, wirst du, nee, erst mal Andrück, so, das bekommt man, Pam. Das kommt auch mit, so, und ich würde sagen, wir machen, oh, wir haben einen Helm, mit Level12. Warum, warum, ja, haben Asch, genau, und dann, geben wir mal, mal die Schatzkiste auf, ich will es wohl nicht. vor den sägen kommen uns so zu nur leid wir wollen doch hier event als geste das geht noch nicht ab zehn glaube ich ja auch glaube ich so ich würde sagen wir machen mal unser inventar leer und können wir uns ja mal ja bockwesten raussuchen wo man so fb und sowas kriegt exiline 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 so da sparen laufen und zwar aus aus eking gold hier haben wir noch ein bisschen noch in diesem video gucken wir uns mal oben ihres buch an doch noch schon was von dem was wir gesammelt haben abgeben können und somit bedanke ich mich vorher zu sehen für eure kommentare für eure likes mega daumen an euch und tschüss